Wer von euch braucht besser in Fifa? Ja, das ist eindeutig. Nein, Fifa-Ganzler, ich, Maxi. Ja, gut. Ja, kann man nix machen. Ja, kann man ehrlich sagen. Wer von euch braucht länger im Bad? Ach, keine Ahnung. Ja. Boah, wie das weiter kommt. Wer von euch ist stärker im Zweikampf? Ja, das glaube ich, da brauche ich das. Das ist auch eindeutig. Wer von euch ist pünktlicher? Ja, gut, da werden wir wahrscheinlich nix reißen. Okay, Punkt. Wer von euch ist schneller? Ja, boah, in der gibt's keine Zweifel, oder? Das Ganze, ja. Wer von euch ist besser beim Kopfball? Ja. Eindeutig, oder? Hat der wohl überhaupt nen Führerschein? Na klar, ey. Aber der fährt nur mal auf der rechten Spur. Nee. Wer von euch ist öfter am Handy? Boah. Ja, ich glaube schon. Ja. Wer von euch ist lustiger? Boah. Okay, welche Witze sind besser? Hm. Beide nicht. Schwierig. Und, äh, wer von euch zieht sich besser an? Naja. Neuhaus, ne? Ich schenke ich dir den Punkt. Wir müssen diskutieren, glaube ich. Boah, wie viel hatten wir? Wer hat ne Einspiel? Was? Was? Was hast du denn da gemacht? Was? Beim Kochball hab ich dich genommen.